Ich hab Rückenwindesöl Ich hab 100 Oktan Der Tag ist auf live und geil temperiert Spaß und Funfaktor sind schon vorprogrammiert Ich öffne mein Geist und schult so richtig an Mit dem Spruch a bissl spülen, wie's ich so gerne mach Ich will Motorradl fahren, sonst will ich nix Scheiß auf alle Tragen, nur das gibt mir okay Motorradl fahren Was geil ist und nicht am Freiby Motorradl fahren Was geil ist und nicht am Freiby Motorradl fahren Was geil ist und nicht am Freiby Motorradl fahren Was geil ist und nicht am Freiby Was soll ich mit Ihren Gewichten? 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 Motorradform, 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 was soll ich mit Ihren Gewichten?